Tartu ist mit etwa 93.000 Einwohnern Islands zweitgrößte Stadt. Die Stadt der Intellektuellen, der Künstler, der Kreativen, der Wissenschaftler und Studenten. Die Universität spielt eine große Rolle, es gibt viele Veranstaltungen und ist nicht Kurse. Nahe am Stadtzentrum liegt das katholische Bildungszentrum Tartu. Dazu gehören eine Schule, ein Kindergarten, ein Sportclub und ein Kulturhaus. Mit über 400 SchülerInnen und etwa 80 MitarbeiterInnen ist das Bildungszentrum groß und es gibt einiges zu tun. Neben der Arbeit im Deutschunterricht und im Kindergarten kannst du vieles lernen, über dich hinauswachsen und das Land entdecken. Schlafen tust du meistens nachts in deinem eigenen Zimmer im Studentenwohnheim. Hast du Sorgen oder Kummer, dann wähl einfach Hedis Nummer. Hausfrau, Mutter, Vollblutpädagogin. Sie ist lit und deine Mentorin. Rückblickend, war lit, ist lit, wird lit. Noch Fragen? Eine Minute ist nicht lange. Melde dich gerne. Liebe Grüße, deiner Alex. Bis 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 zu dimitrieren. Auf Hundred-DYer euch eine Sache. Punchunden, ganz ruhig und behörd diese Gerst 돌�. grace Abunden, los d hacerlo und machst es. folded gehen, Advance-Gültchen. Eчивmal nicht für?」 Du rein hin processo mit unserer Arbeit.